Herzlich Willkommen zum zweiten Void Secret. Wie ihr seht, kann man es halt über den Wall Run erreichen bzw. da wo die Treppe beginnt und wo ich rausspringe, da könnt ihr auch dann wiederum rein. Also an sich ist es einfach. Falls ihr es aber doch nicht findet, schreibt es in die Kommentare. Ich werde es danach ein bisschen ausführlicher erläutern bzw. in die Textbeschreibung. Ein drittes Secret wird folgen. Das ist ein bisschen komplizierter zu erklären, deswegen kann ich es nicht hier reinpacken. Außerdem muss ich sowieso das Video finden und zurecht schneiden. Tschö, tschö.